Wir wollen heute drei Filme vorstellen, drei österreichische, wie der Zufall so will. Es gibt da einen, der hat einen Trafik in Wien. Ich habe ihn schon telegrafiert, Otto Trischneck heißt er. Was heißt das jetzt? Das heißt, du machst dich morgen auf den Weg nach Wien. Der Film erzählt von dem 17-jährigen Franz am Attersee, der am Anfang des Films, er spielt in den 30er Jahren kurz vor dem Anschluss, nach Wien kommt. Ein Trafikant, verkauft, Genuss und Lust. Simon Marseille, Johannes Krisch und Bruno Gantz sind in den Hauptrollen zu sehen. Eigentlich müsste dieser junge Mann, wenn er nach Wien kommt, stand die Bede am Bahnsteig wieder unten, wenn ihm der faulige Gestank der Zeiten entgegenschlägt. Das macht er natürlich nicht. Was er tut, ist, er wächst in diese Rolle, die ihm da auferlegt wird, hinein. Er wird zum Trafikanten, er wird aber vor allem erwachsen. Und dabei hilft ihm die Liebe in Form eines böhmischen Mädchens. Aber auch vor allem ein gewisser Herr Professor Sigmund Freud. Ich tanze mit dem schönsten Mädel der Welt. Im nächsten Moment ist es weg. Weißt du, mit den Frauen ist das wie mit den Zigarren. Wenn man zu fest an ihnen zieht, verweigern sie den Genuss. Sigmund Freud ist Stammkunde in der Trafik. So kommen die ins Gespräch. Was eine spannende, tiefsinnige Beziehung zwischen zwei Männern unterschiedlicher Generationen werden könnte, wird aber dann relativ flach und klischeehaft erzählt. Freud hat eigentlich eher so die Aufgabe, Kalendersprüche abzugeben. Das eine Problem des Films ist die einidimensionale Charakterzeichnung. Ein anderes ist aber ganz sicher die Atmosphäre und sein Setting. Viel gedämpftes Licht, viel dunkles Interieur, Gaststuben, in denen man Gulasch und Bier serviert bekommt. Das ist alles sehr bühnenhaft, würde ich meinen, und arbeitet eigentlich dem Gefühl einer Bedrohung des Austrofaschismus oder des aufkommenden Nationalsozialismus eher entgegeben. Gelingt es uns, hier und da ein Zeichen zu setzen? Der zweite Film, den ich vorstellen möchte, ist ein Dokumentarfilm. Er führt nicht ganz so weit in die österreichische Geschichte zurück, nämlich ins Jahr 1986 zur Bundespräsidentschaftswahl, an der auch Kurt Waldheim kandidiert hat. The New York Times reported today that Kurt Waldheim, the former Secretary General of the United Nations, was attached to a German army command during World War II, which engaged in mass deportation of Greek Jews. Und ich bitte Sie allen sehr herzlich, geben Sie mir eine Chance. Ruth Beckermann hat mit Waldheims Walzer darüber einen sehr spannenden Film gemacht, der ausschließlich aus Archivaufnahmen besteht, aus Fernsehbildern, aber auch aus selbst gedrehtem Material und macht gewissermaßen nochmal die Konflikte anschaulich, die damals das Land geteilt haben. Was sehr spannend an dem Film ist, ist, dass man auch sehen kann, wie der lange Zeit bestimmende Terminus von Österreich als ersten Opfer des Nationalsozialismus dieser Zeit brüchig geworden ist. Also unbedingt die Empfehlung für diesen Film. Es handelt sich hier um eine groß angelegte Verleumdungskampagne einer ganz kleinen, allerdings sehr einflussreichen Gruppe auf die Medien einflussreichen Gruppe. Zu guter Letzt gibt es aber auch noch Genre-Kost aus Österreich. Kost ist ein ganz gutes Stichwort. Das ist ein Horrorfilm mit dem Titel The Dark, der sich auf das Journalist Zombiefilms vorwagt. Es geht um eine junge Frau, die sich hin und wieder gerne in Menschenfleisch verbeißt. Es geht um einen jungen Mann, der hauptsächlich blind ist und um einen flüchtigen Gewaltverbrecher, den der Karl Markowitz spielt. The Dark liefert genau das, was er verspricht. Die eine oder andere Grauslichkeit. Recht viele Schockmomente und einen leisen Appell an die Menschlichkeit, weil die Menschen ja nicht nur zum Essen da sind. Aber auch. Ich wollte einfach, dass er verschwindet. Dann glaubst du also an Monster? Dann da war es aber zurück. Das war's! Musik